Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal und heute gibt's was exklusives auf meinem Kanal und zwar Und zwar hab ich euch auf Instagram gebeten, mir Bilder von euch zu schicken In einer ganz coolen Pose, das Ganze mach ich nicht allein, sondern mit Sascha, Nico, Spendi Moment Leute, Moment, ich will hier einzeln aufgerufen werden, ich werde sicherlich mit den beiden Spassen hier in Verbindung gebracht Spendi, Sascha, kommt hier schon mal rein, der Herr braucht eine Extra-Ankündigung So, und jetzt meine Damen und Herren, nicht zu vergessen, Nico Ja, danke, danke, er wies eines, naja, königslosiges, wenn ich hier begrüße Zum Crew-Tember, liebe Leute, herzlich willkommen, der Coolste ist natürlich auch wieder dabei Jungs, ich würde euch wirklich freuen, dass ich mit euch drehe, ja Drei, zwei, eins, Crew-Tember Liebe Leute, willkommen zum Crew-Tember, der Monat rassiert alle Ihr habt nämlich alle keine Ahnung, was auf euch zukommt Wir nämlich auch nicht Also, ich hab Bilder von meinen Zuschauern bekommen, mit der coolsten Kremasse, was sie haben Fangen wir mal an mit der Patricia Okay, Patricia Alter, die sieht dir übel ähnlich, Digga Ey, Sascha, krass Sascha ist mal ohne Wissen, die sieht dir übel ähnlich aus Ist das deine Schwester? Mach's mal kurz nach, Augen auf, Mund auf Digga, eins zu eins Alter, chill mal ganz kurz, das würde ich jetzt screenshoten an der Stelle Ja, muss ich auch Ja, liebe Patricia, nochmal nice, dass du das Ganze verstanden hast, indem du Bilder von dir schicken sollst Ja Aber einfach screenshoten Ey, nice auch, dass du Bilder Oh my God Das ist ja wieder klar, dass der Peder bei den Pellicks ist Der Pellicks ist ein Hallo, ich hab mein Likes zurückgezogen Wahrscheinlich ein Wahrscheinlich ein Das ist so, das ist so, automatischer, automatischer Reflex von Peder, wenn du das tut Doppelklick Ey, nochmal, Fabrizia, danke, dass du Screenshots von meinen Snaps machst, wenn du es in Zukunft lassen könntest Ich hoffe, ihr habt noch ein paar gute Outfits geschickt Komm, wir machen mal jeder Tag mal einen aus Gerne, gerne Ähm, ja, wir haben hier ein Bild von der Alicia Die Alicia geht kurzerhand her und probiert so ein bisschen die nachdenkliche Pose zu machen Ich hab's auch schon klappt Sieht irgendwie so aus, als ob ihr eine Augenbrau abhebt Ja, warte, ich probiere einfach mal den Blick nachzumachen Das ist ungefähr der hier Ich glaube, wir versuchen es alle gleichzeitig Moment, 3, 2, 1 Alicia finde ich wirklich eine starke Sache Ich hab's nicht mitbekommen Kein Problem Du guckst standardmäßig so Okay, bewerten wir jetzt mal so das Mehr kann ich dazu nicht sagen, es ist einfach nur Scheiße Also ich würde sagen, die hat halt Ich weiß nicht, Leute, versteht ihr, was mit einer Cremasse gemeint ist? Also das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Cremasse, oder? Heute täusche ich mich da Der doch jetzt einfach versucht hier einen Duckface, einen halben Duckface Ja Ich glaube, so hat Niko gestern aufgeguckt, da hat es die Wichse ins Auge ging Echt? Was meinst du, Diko? Spendi Such dir den nächsten oder die Wichse aus Okay Alter Ja, ähm Oh, die hat mein Mörtchen Hauptsache Coole Sache, wirklich Ja, Angelina Äh, Niko willst du irgendwas sagen? Die hat dein Mörtchen, so Ja, cool, Mann Feier ich Du hast was zur Wand, ne? Ich verstehe zwar nicht, wie man ein Bier trinken kann, aber Ja Komm, ich würde mal sagen, die waren straight weiter hier Sascha such dir was aus Alter Alter Ähm Ich hab jetzt nicht gedacht, dass es jemand schafft, zu übertreiben, aber Das hier, was die Böse Nichte geschickt hat, auch äh Das ist für mich Das ist für mich Kannst du das auch imitieren? Böse Nichte Niko, äh, das sieht aus wie du Spendi Ich muss, ich muss wirklich sagen Wie? Als Spendi das Bild reingeschickt hat mit 19 Mit den Augenbrauen Ja, das war's Das wird reingeworfen Nein, nein, okay, die hat noch ein bisschen längere Augenbrauen Digga, deine Augenbrauen, das sieht wirklich aus wie so ne Und wie ein dickere Ich hatte echt dickere Kennst du Spendys Bild mit 19? Ja Ja, ja Kennen die ihr das Bild mit Spendi? Als er 19 war? Nein Auf dem Club? Hier Das kannst du nicht zeigen Das ist nicht schlecht Nein, nein, das kannst du nicht zeigen Doch, Digga Auf jeden Fall die Böse Nichte Vielen, vielen Dank für dein Bild Ich glaube, wir machen Wirklich keine Aktion Wir machen weiter Ich glaube, wir gehen jetzt zu Stefan Gerich Stefan, das wird jetzt so geile Sachen Ich freu mich, Leute Okay Boah, ist der toll hässlich Stefan nochmal alles Gute nachträglich von meiner Seite Und vergessen zu gratulieren Zum Geburtstag Vielen Glück Ey Stefan Ey Stefan nochmal, wirklich danke, dass du jetzt an der Episode hier teilgenommen hast Grüße gehen von mir nicht raus Hatte Stefan noch nicht Geburtstag oder was? Ja So, willst du, haben wir nochmal anstimmen? Nee, oder? Digga, der ist ein Auge, Junge Wo geht das Ding hin? Ja, das geht rein Ich kann das nicht Du kannst richtig gut schieben Nein, ich kann das nicht Guck mal in die Kamera und schieben Ja, ich kann nicht bewusst schieben Ich kann bewusst nicht schieben Ich kann bewusst nicht schieben Das geht nicht Das geht nicht Ach, der kann bewusst nicht schieben Was ist denn bei dir los, Digga? Ich kann das nicht machen Ja, warum denn nicht? Weil ich es nicht kann Stefan, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für dein Bild Vielleicht sehen wir uns ja demnächst Wer weiß Coole Aktion auf jeden Fall Hier auch wieder dumm am gucken Wie heißt sie denn? Ah, die hat hier so ein Piercing In der Mitte Oh klar Das ist ein Angriff Nee, nee, das wissen die wenigsten Wenn man hier sich ein Piercing macht Falls man mal verstickt Dann ist da schon, sag ich mal Der Vor-Ding gegeben Um dann da reinzustechen Ich glaube, das kannst du einfach rausziehen Dass es nicht verstickt Also ich sag, das ist einfach nur ein Klebestein Oh, das kann natürlich auch sein Ein Klebestein? Wie damals an den Zehen Genau Ja, die kommt zu dem Bild Aber so wie die guckt, versteckt die vielleicht auch grad Dann weiß ich es nicht Aber ich würde sagen Ja, das dann helft nicht Aber sie ist einer der wenigen, die die Episode verstanden haben und den Krimaster geschickt haben Ja, absolut coole Aktion, wirklich Wie heißt sie nochmal? Aber jetzt ein Flea Mädle Madeleine Ich würde mal eine Episode machen, wo du den Leuten sagst Oh, gleich Screenshot Wo du einfach sagst, dass die Mädels einfach ein Bild von ihrem Ausschnitt schicken sollen Und wir bewerten das Hammertyp So, liebe Leute Wenn euch das Video gefallen hat Wir werden nicht vergessen Und nicht vergessen Merkt euch, Crew Zemba ist am Start, Leute Every day to every time You see this, man Gerade eben sind noch so viele weitere Videos von uns online gegangen, Leute Bei Nico, bei Spenny, bei Sascha vorbeischaut Und wir sehen uns auch schon morgen bei uns allen Crew Zemba, man 24 Videos, äh, 24 Tage, 96 Videos, Leute Haut rein, tschau Crew Zemba